ja hi leute herzlich willkommen an zwei kanal weiße series und heute geht sie um einen test am 3 performance ich will kommen durch hören weil es ist hier einfach der stuhl ich wundere ich habe nur pulli an wir haben heute den 31.12 wir haben 17 grad heute in dem video geht es darum ob ich das test am 3 performance behalte ob ich sonst noch was damit vor habe die änderungen die vielleicht noch kommen und ja vielleicht könnt ihr da ein bisschen ein paar infos mit für euch da draußen mit rausnehmen wo denkt ja ja ist eine coole idee das würde ich vielleicht auch bei meinem model drei machen oder ja vielleicht habt ihr noch ein paar tipps wegen felgen ich habe noch andere sachen und ganz ganz kurzer spoiler vielleicht kommt in ein zwei wochen was sehr sehr geile für das performance ich glaube das hat so noch keiner und ja seid gespannt aber nicht mal kanal und ich wünsche jetzt ein video hat rein und noch mal einen guten rutsch ins neue jahr kommt gut rein weil wir gehört das andere zwölfte und wir sehen uns an dem neuen jahr so leute da steht er ein schönes model performance hat denn jetzt genau ein jahr und zwei wochen ja es ist einfach der hammer ich hoffe es ist wirklich zu windig hier weil wir sehen könnt ihr windräder und zu mir ich fliege ich war ja schon weg da ist einfach krank wie bin ich das ist die ersten tage also sieht es aus wie gesagt sind st-filtern drin wer jetzt noch mal kann alles leider so nicht gesehen also st-filtern sind drin was hatte ich hinten ich habe auch die logos habe ich doch schwarz gemacht bin und das tesla logo habe ich abgemacht dann so ein tesla schriftzug das finde ich sehr schön war erst mal drei performance wird dann eigentlich von hinten ein bisschen breiter wiegt das dann und spurplatten sind auch noch drauf das habe ich auch noch mal sieht das auch noch mal so wenn man jetzt dahinter geht vielleicht noch ein bisschen ran suchen dann seht ihr das so so sieht der wagen aus wie gesagt bin mega happy und ja man ist so schon jetzt einige sachen gefahren ich wollte ja immer den i4 m 50 haben und da fand ich oben rechts könnte man das nachschauen also da hatte ich schon ein paar videos gemacht und ja ich muss aber sagen seitdem ich das mal drei performance habe bin ich echt super begeistert ich hätte es nicht gedacht ich dachte mir so herr so ist es für ein zwei jahre oder so und dann gehst du auf dem bmw i4 m 50 weil ich eigentlich bmw durch und durch bin bin wir hauptgabe habe ich mv live könnte gerne mal reinschauen und so sieht der wagen aus ich hoffe ihr hört mich noch ich glaube ich höre das jetzt in meinem ab und sonst gehen wir mal ins auto bin jetzt lieber ins auto gegangen weil draußen bis weg geflogen ich glaube das war wirklich so mitgekriegt ich habe schon zwar so windpuschel hier drauf aber das ist einfach totaler sturm draußen also wir sehen können wer jetzt neu auf meinem kanal ist dazu noch nicht gesehen also hier alcantara himmel habe ich auch noch verbaut liebe grüße an erik da draußen und ich wünsche mir so um das seht ihr das auch noch mal von vorne so die a-säule hier oben das ist auch alles mit alcantara also auch die sonnenblenden sind alcantara ja sie das alles sehr sehr schön auch keine abnutzung ich habe das jetzt ungefähr aber ich glaube ein halbes jahr sie macht mord dann müsste ich das eigentlich schon verbaut haben ich schreibe das noch mal drunter und hier könnt ihr es auch mal sehen ich bin hier wirklich im grünen ja worum es heute geht ich war jetzt noch mal überlegen behältst das test amol 3 oder suchst da was anderes ich hatte ja den i4 m50 in meinem auge gehabt aber seit ich den gefahren binden wer es schon gesehen hat er kann sich das gerne mal anschauen oben rechts verlinkt ich das nochmal das war ja einfach so ich finde so dieses minimalistische design schon sehr sehr schön innen drin am anfang denkst du boah das ist ja echt nichts ist ja voll sparbar das namen hier drin und aber ich finde man gewöhnt sich schnell dran man findet auch alles und die neuen updates die man die neuen funktion bekommst das finde ich echt sehr sehr gut und dann bin ich jetzt ein kia ev6 gt liner gefahren mit 325 fest und ich freue mich ja schon auf den kia ev6 gt mit 585 ps müssen der haben und der soll ja so noch ein paar sachen haben ja wie gesagt head-up display sitze sind schöner also besser eben halt vom seiten halt auch dann hat er laserlicht hat er also matrix licht und ein paar andere sachen noch schiebedach was man hier im test also ein bisschen vermisst aber dafür habt ihr hier so riesen panoramadach wie ihr es hier seht also irgendwas ist ja immer wenn ein gebrauchtwagen holst oder neuwagen und du kriegst da irgendwas irgendwo ist immer so ein kleiner hagen den würde ich jetzt im januar fahren schätze ich mal und dann wollte ich noch tesla model s platte wollte ich noch fahren das wäre natürlich auch ein sehr schöner traumwagen aber preise kann es ja nicht bezahlen das ist ja von jenseits von gut und böse und leasing und gibt es ja auch nichts bei das also gute aktion oder nachlässig ist sowieso nicht da kommt jetzt nicht mal viel so bleibt nicht so viel übrig was sonst nächstes jahr kommt wo ich ganz drauf gespannt bin ich und ioniq version soll herauskommen und wer ist das vielleicht mal gesehen da war der herr biermann der das noch mal so wo hyundai so dabei ist dass man wirklich so ein bisschen mehr verbrenner vorgegaukelt bekommt durch die schaltpaddels muss dann wirklich so selber schalten obwohl der gar keine gänge hat eben halt das haben die durch software gemacht und den motor zu hauen und so und das hat john pierre total beeindruckt und das fand ich sehr sehr cool immer gespannt ob ich das empfangen kann bald ja wie ihr schon hört also das tesla model 3 performance werde ich erstmal nicht verkaufen nicht dass sie denke ich halt auch die ganze seit hierhin weil ich bin echt sehr zufrieden damit was ich jetzt noch vorhabe sind ein paar sachen noch vielleicht könnt ihr mal ein paar tipps darunter geben das ja schon letztes mal ein video gesagt zu edelweiß fängen hat haben es viele weil die sind einfach perfekt fürs auto und denke mir die wären so in die engere auswahl kommen so ein bisschen konkav entweder so bronze finde ich ganz schön oder schwarz da könnt ihr auch noch mal unterschreiben was davon haltet beim m4 und so ich hatte vorher ein bmw m4 mit 600 ps von g power upgrade leider und so könnt ihr auch noch mal auf den hauptkanal rauffahren da hatte ich ja immer so gedacht vom performance die haben auch sehr sehr viele konkave felgenformen die fand ich auch sehr schön vielleicht gibt es aber auch was für das test der performance vielleicht seid ihr da draußen und ihr wisst irgendwie so ja achte mal auf diesen hersteller oder da und da kommen jetzt neue felgen aus oder gibt es ganz brandaktuelle neue felgen dann schaue ich mir die auch noch mal an also felgen wollte ich auf jeden fall gerne machen dann was ich noch vorhabe ist ich bleibe mal so ein bild ein ich wollte das test der model 3 so folieren lassen also dass quasi hier die a-säule b-säule und so dass das alles schwarz ist von außen so dass das so eine linie ergibt das fand ich ganz ganz cool aus dem tesla forum habe ich das mal gesehen viel karten könnt ihr auch noch mal sehen die sind ja auch noch weiß ich lasse ich die auch noch schwarz folieren oder hier liebe grüße an daniel movo der hat ja auch bei seinem test model 3 hatte ja die spielkappen von satich hat daran gemacht ja müsste ich mal gucken ob man das auch macht oder nicht weil eigentlich ja so schwarz folieren reicht mir eigentlich mal schauen das hatte ich noch vor gibt es ja nicht mehr so viel weil innen drin bin ich sehr sehr happy was manche normal ist mir leid oder so also innenraum beleuchtung ja so ein bisschen wenn ich schlecht aber ich finde es auch nicht so so must have das fand ich ja im kia e6 ganz cool dass du solche sachen hast auch den motor sound und sowas der einstellen kannst wer es noch nicht gesehen hat das video verlinke ich oben rechts könnte gerne mal reinschauen das fand ich nicht schlecht aber auf der anderen seite auch beim i4 m50 mit dem motor sound du machst es dann aus also du machst es am anderen weil es neu ist und wenn du mal jemand mitnimmst du willst du beeindrucken aber dann machst du es aus weil sie einfach auf den senkel geht also ich finde es ganz schön dass das model 3 so leise ist und dass du keinen künstlichen motor sound hast klar für manche andere sagt ja wenn man schön wenn man die app funktion hat dann kannst du eben die furzfunktion nehmen hier im model 3 aber sowas mit motor sound gibt es ja nicht was viele noch gemacht haben ich hatte mal so eine reihe gemacht letztes jahr also dieses jahr mit federn bevor ich den wagen tiefer gelegt haben mit den st-federn war ich ja auf der suche habe mich mit ein paar leuten getroffen da könnt ihr auch gerne mal reinschauen wenn ihr so überlegen seit weder noch fahrwerk dann habe ich mir ein paar leuten getroffen mit h&r federn an die gehen richtig sehr sehr tief die sind auch sehr sportlich sehr sehr tief und das war mir schon ein dick zu tief aber ist das schon krass wenn der serie model 3 hast du fährst dann mal so mit tieferlegung du merkst das total und es fährt sich viel viel sicherer auf der autobahn das kann ich euch noch mit geben den tipp das müsst ihr auf jeden fall machen wenn ihr so ein bisschen sportlicher unterwegs seid und wenn ihr sagt das ist mir wichtig so kommt vom sportlichen wagen vorher ich kann wieder vom m4 ich habe noch ein m3 i2 90 v8 und dann ist man vom fahrwerk schon ein bisschen verwöhnt im halt und dann setzt man sich ins model 3 rein und so merkt es erst nicht aber eher ab höheren geschwindigkeiten so ab 140 bis 260 auf der autobahn wenn du da mal so wind kommt oder spurrillen oder du musst mal ein bisschen ausweichen du merkst schon dass es ein bisschen schwammig ist ein bisschen unsicher dass das muss ich schon zugeben sich euch noch mitgeben kann wenn er als neues model 3 gekauft hat dann hatte ich erst die vier dann gemacht und manchmal auch kw gewindefahrwerk v3 und das bin ich auch mit jemandem mitgefahren und das hast du gemerkt das ist natürlich noch mal ein tick sanfter und smoother die dämpfer sind aufeinander abgestimmt das sind jetzt die seriendämpfer mit den federn von st und ist natürlich klar dass fast 3.000 euro unterschied zu federn waren jetzt 500 euro mit einbau und so vermessen noch mal dabei 700 800 euro raus dass es dann unterschied geben muss ist einfach klar ja wenn ihr wirklich perfekt haben fahrt auf dem track oder so dann auf jeden fall kw gewindefahrwerk was hatte ich sonst noch vorwieger felgen habe ich dann dass ich schwarz machen wollte felgen tipps könnte mir noch mal geben in drinnen wollte ich jetzt eigentlich nichts machen weil wie gesagt ich bin sehr sehr happy hier drin finde auch die weißen leisten ganz schön zu meinem weißen performance modell weiße sitze habe ich ja auch und ich finde das ist sehr sehr passend alles hier und da müsste man jetzt nicht ändern mit carbon oder so weil ich finde das mit einem schwarzen alcatara und das weiß das erhebt sich ganz gut auf der kontrast und ansonsten was ich mir mal überlegt hatte es gibt ja auch noch für manche die verbauen hier so ein kleines display hinterm lenker hat das hat ja auch schon gesehen das kann man so verbauen siehst du wie schnell du fährst manchmal manchmal ist das immer so ich zeige euch das mal also so schaue ich jetzt drauf seht ihr es und wenn ich im moment und hier oben rechts ist die anzahl für die geschwindigkeit dies ist ein kleiner und manche bauen sich ja hier so ein display rein und dann hast du hier so die geschwindigkeitsanzeige was natürlich schön wenn ihr hier so ein head-up display da gibt es glaube ich auch so lösungen von dann legst du was dahin und das spiegelt dann so auf die scheibe aber so richtig schön war das jetzt auch nicht aus ich glaube gab ein modell was ich ganz schön fand hierfür ist jetzt nicht so dass ich es unbedingt haben muss ihr könnt ja noch mal drunter schreiben ob ihr damit schon erfahrungen gemacht habt ob ihr das schon vielleicht verbaut habt woher sagt er ja sascha probiert es auf jeden fall mal aus wie ich auf jeden fall machen das könnt ihr mir auch noch mal sagen wie gesagt mit den sitze ich muss wieder alle noch mal reinigen jetzt anfang des jahres werde ich mal hier so wirklich wenn das wetter gut ist wirklich meine beiden autos mal wieder vordermann bringen was ich letztes mal schon gefragt hatte war dass die kennzeichen beleuchtung hinten beim tesla ich glaube das ist der led aber das ist so schwach ich kenne das mal so vom bmw m3 m4 und so dann wechselst du die led beleuchtung aus und das ganze kennzeichnis richtig schon gleichmäßig beleuchtet und hier ist das so sind so funzeln eben halt obwohl es zum glück kein gelbes licht ist aber ich finde wäre super wenn ihr daraus mal irgendwie so eine idee habt ja ich habe nirgends was gefunden im internet ich habe mal gesucht auch bei amazon und so nichts gefunden könnte man drunter schreiben ob ihr da irgendwie ideen habt für und ansonsten hatte ich ja noch mal überlegt der felix barlinger der hatte ja auch mal bei seinem model 3 performance so ausfahrbare türgriffe ja ich kenne immer so wenn ich ein paar leute neu mitnehmen die wissen es auch nicht mein vater zum beispiel er ist ja auch 72 und irgendwie er hat immer drauf gedrückt dann kam der andere hebel raus dann muss er nur ziehen und dann hat das nicht geschafft weil es so schnell wieder reingegangen ist aber man gewöhnt sich ja daran wenn man damit ein paar mal mit fährt aber diese beleuchteten türgriffe die nach außen gehen nachts die man so sofort aufmachen kann das finde ich ganz schön ganz praktisch aber das ist jetzt auch nicht so der umbau ist mir ist glaube ich auch nicht wert das hatte ich mal damals überlegt als ich das model 3 gekauft hatte dann hatte ich mir noch überlegt dass die ersten model 3 waren jetzt von der lautstärke innen drin nicht so gut gedämmt und das ist ja doppelverglasung jetzt bei dem man das ja ende 2021 kurz also dezember 2021 habe ich den bekommen ist das noch mit dem prozessor keinen weisen aber ich finde es auch nicht so schlimm weil du merkst es höchstens wenn netflix status youtube status oder was noch ein tick schneller geht es werde ich meine blinker betätigt dann ist der totwinkel assistent diese video einblenden ist natürlich ein bisschen schneller da aber ansonsten ist das jetzt auch nicht so schlimm wüsste sonst nicht was man machen könnte von statisch gab es dann auch noch die ratten der hat er das auch noch mal gehabt er hat er von statisch vorne diesen nambo stoßfänger dran lambo look und das wäre auch nicht schlecht felgen tieferlegung spurplatten das ist schon das wichtigste so die scheiben hatte ich ja verdunkelt mit ich glaube 90 prozent war dass das niedrigste was ging und das macht auch sehr viel aus vor allem weiß schwarz wenn ich das mal so gut im kontrast deswegen finde ich das so passen wir ja die außen sachen verliere die sollen eben halt und dann hast du so richtig schönen übergang finde ich jetzt ja und ansonsten wüsste ich jetzt nicht was man noch umbauen könnte könnte ja noch mal drunter schreiben ob in der ideen hat was man noch machen könnte das würde mich mal interessieren und sonst soll es das gewesen sein die leute nicht lange auf folter spannen also wie gesagt keine sorge dass der model 3 performance bleibt da wünsche jetzt guten rutsch ins neue jahr also wie gerade wenn es anders ist 12 13 50 16 grad draußen kommt gut rein wir sind zum neuen jahr und ich bin mal gespannt ihr könnt auch gerne mal drunter schreiben was sie gerne noch nächstes jahr auf meinem kanal sehen werdet also sehen gerne sehen möchte ich mache die videos natürlich auch für euch da draußen und für jeden tipp bin ich dankbar kritik nämlich auch gerne an wenn ihr sagt das musst du besser machen das muss man besser machen oder so bin ich finde ich voll in ordnung da draußen also man kann ja nur voneinander lernen und das wird gewesen sein ich wünsche euch alles gute und danke für eurem support und dass er immer so fleißig kommentiert und meine videos schaut und das hat gewesen sein lauter ich wünsche euch alles gute bis die tage rein